So, der nächste wird teuer werden. Also lange Brauch. Der hier hat jetzt 100 gebraucht, der nächste braucht 400. Und ja, 400 dauert eine Weile. Also 400 waren 5 solche Tics. Das heißt, 20 Tics brauchen wir jetzt. Der hat Destination nur noch exist, deswegen wird jetzt das Holz fleißig auf die Stockpiles gepackt. Und das werden mir Bäume gefällt, sehr schön. Ja, aber wirklich, das wird dauernd den Wald hier und alles zerrohen. Aber die anderen Maps, die wir uns angeguckt haben, sind entweder genauso schlimm oder schlimmer. Hier haben wir wenigstens sehr viel Baufläche. Nachher, wenn wir alles eben gemacht haben. Also wir könnten eigentlich das hier als Linie nehmen, aber dann müssten wir hier oben auch noch filmen. Ja, deswegen lassen wir das lieber gut sein. Machen so mit dem Gebiet hier das Beste draus. Und ja gut, wir müssen nicht unbedingt alle Bäume abtragen. Die hier können wir zum Beispiel teilweise stehen lassen. Die oberen jedenfalls, bei den unteren eher nicht. So, was wir leider nicht haben, ist ja die Geschwindigkeit. Wir können nur pausieren. Wir können nur die Debug anschalten. Ich könnte hier einfach ein Brick-Tron oder so spawnen. Einer mehr, dann geht's schneller. Wirklich cheaten will ich ja nicht, auch wenn das hier Setbox-Modus ist. Und ja, wenn man sich das anguckt, wir haben doch nicht mal einen wirklichen Teil des Falles gefällt. Und ja, ich glaube, die Bobstümmen, die können wir dann einfach abbauen. So, euch setzen wir mal alle auf Plex. So, alle auf Plex gesetzt. So, wir können hier auf Plex. So, dann werden wir gleich mal noch mehr Stockpiles hier errichten. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun, zehn. Wo wir dann Steine einpacken können. Das einzige, was ich leider nicht machen kann, ist in der Bildphase... ...de Schnappen... ...designenvergleichen. ...die alle... ...schnappen... ...dessen alle schnappen. ...ne... Na dann. Lass uns ein bisschen mal fleißig bauen. So, durch ist die Insel auch nicht recht groß. Nicht sehr groß. Also sind die Transportwege nicht so weit. Jetzt lustig, wie sie konsequent die beiden Bäume hier ignorieren. So, da hinten sieht man wieder andere Inseln vor dem Nirvana. Unter uns das unendliche Meer. Da ein riesiger Kristall. Da die Sonne. Da der Corrupton Heimatplanet. Gut, wie weit seid ihr hier? Ah, ihr bautschut. Und dann. Dann gehst du hin. Wie weit ist das? Da kommt sie. Noch mehr Holz. Noch mehr Stockpiles. Zwölf passen da drauf. Das heißt vier Stämme. Aus einem Baum kommt drei. Das heißt hier passen vierzig Stämme drauf. Achtzig, unterzwanzig, zweihundertvierzig Stämme. Zweihundertvierzig geteilt durch zwei sind... Achtzig Bäume, die da drauf passen. Gut. Habe ich hier... Hier übersehen. So. Aber nicht mehr viele. Ich werde hier schon mal sagen, was sie annehmen sollen. Okay. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, dann wählen wir die hier aus Ach, die hier auch gleich nochmal So Du kannst das doch einfach hacken gehen Bitte Danke Und du Schnäppst dir bitte die Bretter hier Packst dir da unten auf den Stockpile So Ich würde hier eigentlich am liebsten irgendwie eine Dampbe oder so deklarieren Wo vorschüssiges Material hingeschmissen wird Aber geht leider nicht Geht leider nicht Okay 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 Gott, fällt hier viel Holz an, ey. Noch mehr Bäume, die fallen. So, jetzt ist die super Frage. Wie wir da am besten hochkommen, aber ich denke mal so, können wir auch mehr Holz planen. So, da geht's. So, dann gehen wir mal den Bauplatz mit Priorität. So, dann gehen wir mal den Bauplatz. So, dann gehen wir mal den Bauplatz. So, dann gehen wir mal den Bauplatz. Und je nachdem, wie viel Lust ich habe, vergrabe ich vielleicht sogar noch Bäume unter unserem Fundament, wenn ich sie erhöhe. Also hier den Teil erhöhen wir auf jeden Fall. Und den Teil hier drüben. Auf die Höhe hier. Auch wenn das eine ganze Weile wieder dauern wird. Kann ich aber halt Bäume da hinstellen und eingraben. Wir haben ja eh mehr als genug Holz. Wir haben ja eh mehr als genug Holz. Die Höhe brauchen wir hier. Also wenn ich mir das so ansehe, dürfte das die hier dieselbe Höhe haben. Also ungefähr dieselbe Höhe, ja. Das heißt, hier machen wir alles ein Stückchen drunter Baumstämmen. Ein bisschen voll. Um die loszuwerden. Ich hoffe mal das geht. Ich muss ja den Boden arbeiten. Genau, flat. Also ja, so wie es aussieht, würde das wohl gehen. Und dann? Okay. Oh ja, ich weiß, mit der Treppe wäre das hier wahrscheinlich viel schöner. Einfacher und schneller vor allem. Ups. Ich glaube, einfach fletten, ohne die Bäume abzureißen, das geht nicht so einfach. Ja, lassen wir das mal.